Aber Vorsicht, diese Person ist hier ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn man tut hier nur so interessiert und man ist aber eigentlich an etwas ganz anderem interessiert. Deswegen pass hier auf, vor allem bei beruflichen Angelegenheiten, bevor du hier Sachen unterschreibst oder schon zusagst, pass hier auf vor Missverständnissen, denn das könnte dir ein bisschen den Boden von den Füßen wegziehen. Passt hier auf, also wenn ihr hier beruflich gerade so ein paar Schwierigkeiten habt, es kommt hier aber auch wieder eine Zeit rein, das ist in den nächsten Tagen, wo du hier leisten musst, viel leisten musst, um hier wieder diese Stabilität für dich selber reinzubringen und um dein Selbstvertrauen auch wieder zurückzuholen, das alles in 24 Stunden. Aber auch geht es ein bisschen hier um die Liebe, denn du hast hier zur Zeit Unklarheiten mit deinem Gegenüber und auch hier kommt mehr Klarheit rein, es geht darum wirklich die Wahrheit zu enthüllen und du wirst hier auch in die Wahrheit kommen. Also wenn du dir das Gefühl hast, sowohl beruflich als auch in der Liebe, jemand lügt dich hier an, die Klarheit wird kommen, denn du kennst die Wahrheit und die Wahrheit tut weh, aber sie ist die Wahrheit. Alles Liebe an dich und folg mir auf Instagram, jeden Sonntag kannst du mir dort kostenlos in der Story deine Frage stellen.